Wir betreten jetzt Hanamura. Und, ja, okay, gut. Will ich mal schauen, wie das so abgeht. Die letzten Spieler waren, glaube ich, alle nicht so gut, ja. Aber, das geht jetzt besser. Ich habe mir übrigens mal überlegt, wieso habe ich einen 10 Secondary, ich wollte gerade auf die Secondary wechseln, so Pistole oder so. Keine Ahnung. Aber wir laden hier auch relativ schnell nach, ne? Zack, zack, zack. Ja, das geht schon klar. Was hätten wir eigentlich gespielt? Fighters 2. Okay, nicht Tekken, sondern Fighters. Haha, cool. Jetzt kommen 30 Sekunden noch. Komm, 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 komm. Komm, boom. Jetzt habe ich den Boden gehabt, gemacht. Gut, aber der wird nicht repariert. Okay, ich dachte eigentlich, der repariert sich. Dann nicht. Gut. Ja, war klar. Ja. Oh, ich habe nicht vorher darauf geachtet. Das war klar. Sonst achte ich immer drauf, jetzt diesmal nicht. Komm. Dann machen wir es eben so. Tag, tag, so. Ja, komm. Komm. Nein, hinter uns, hinter uns, hinter uns. Da oben. Jawohl. Da oben ist aber trotzdem immer noch einer, ne? Oh, Junkrad war da immer noch. Nein. Hey, denn sterbe nicht. Geschützt voraus. Oh, recht. Hey, wir sterben nicht. Ja, Gott. Jawohl. Jawohl, wir nehmen einen. Wir nehmen einen. Komm. Sehr deppert. Och, tötet sie doch. Nein. Oh, ja. Nee, ich bleib hier. Na, ich bleib hier. Bleib hier. Oh, oh. Jawohl. Jawohl. Nice. Komm. Weiter. Komm. Jetzt noch die Maid da raus. Nee, das ist gar nicht die Maid, das ist die Diva. Jawohl. Schön. Och, shit. Jetzt hab ich die scheiße Ulti dafür aufgebraucht. Jetzt hab ich die scheiße Ulti dafür aufgebraucht. Weiter. Drück, weiter. Komm. Laufen. Laufen, laufen, laufen. 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 Lauf. Mein Ohr juckt. Warte. So. Nein. Fuck. Wo sind die anderen jetzt eigentlich? Ich bin grad gespawnt, ne? Wo waren die anderen? Alle. Ausruhen kann ich, wenn ich tot bin. Jetzt kann ich diesmal nicht da rüber springen, sondern muss hier langweilig erstmal hier halt lang gehen. Oh, kann ich das so machen? Ja. Nee, kann ich nicht. Okay. Gut. Weg damit. Ah, hier ist die Maid noch. Hier seh ich nicht. Jawohl. Gut. Gut. Nein. Ja, aber ich wusste nicht, ob die Ulti jetzt von mir war. Äh, also von unserem Team oder vom Gegner. Jawohl. Jawohl, jawohl, jawohl. 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 Den noch. Nein. Das wär jetzt Ulti noch aktiviert, ne? Das war komplett unnötig. Komm, 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 komm. Bitte. Halt mich um so auf dir, Walt. Ich steh immer wieder auf. Jawohl. Perfekt. Nice. Wunderbar. So muss das. Ja, direkt am Zielpunkt und direkt alles nehmen. Direkt. Zwei zu null. Seitenwechsel. Beziehen Sie Verteidigungsstellung. Wählen Sie Ihren Helden. So, diesmal verteidigen und diesmal nehme ich den Torbjörn. Ne? Letztes Mal hat's auch gut geklappt. Gut. Wie sieht's aus? Mercy, Symmetra. Ja, sieht ganz okay aus. Ja, so könnte klappen. Sogar haben wir einen Skin. Ah, ich hab einen blauen Skin. Seit wann denn das? Seit wann denn das? Mysterium, dem man auf den Grund gehen sollte. Naja. Gut. Dann bin ich halt blau. Symmetra. Gut, Hank. Top go heal. No. Ne. Nope. No, 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 no. Mach ich nicht. 4, 3, 2, 1, Angreifer nähern sich. Verteidigen Sie Zielpunkt A. Da seh ich schon eine Farrah. Das gibt's doch nicht. Immer wieder eine Farrah gegen mich. Immer wenn ich Torbjörn spiele. Achtet auf mein Geschütz. Mein Geschütz. An dir kommt keiner vor. Geschütz fährt hoch. So, komm. Jawohl. Jetzt sieht gut aus. Jawohl. Perfekt. Gut. Gut. Das ist erfolgreich. Komm. Wieder. Überhören. Sehr gut. Klappt doch. Jawohl. Gut. Sehr gut. Achtet auf mein Geschütz. Oba. Ah. Oh. Schau wieder hin. Nochmal. Jawohl. Sehr gut. Na. Einfach nur da rein. Scheißegal wie. Einfach nur da rein. Ich habe den Feind lokalisiert. instanziere Fortunenbarriere. Eine Rüstung zum mitnehmen. Hier gibt's Rüstung. Hier Rüstung. Greift zu. So. Wieder schön auf Reinhardt. Einfach nur da reinfeuern. Einfach nur da reinfeuern. Einfach nur da reinfeuern. Jawohl. Wieder schön. Immer schön die Assists, ne? Ich muss ja nicht sagen, wer die Kills macht. Hauptsache die Assists. So. Perfekt. Sehr gut. Ich muss eben hier diese Sachen aufsammeln. Wow. Wo sind die denn alle? Hallo. Sehr gut. Sehr gut. Alles klar. So. Der ist wieder tot. Und hier auch. Ja. Komm. Voll. Wir stehen hier einfach nur im Tor. Wir stehen hier einfach nur im Tor. Ja. Hab ich dich getroffen, ne? Zack. Vielleicht kommt das Final Showdown. Momentan kann ich ja nicht Ulti aktivieren. Das wäre ja wasted. Die sind drauf. 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 Jawohl. Sehr schön. 30 Sekunden noch. Komm. Komm schon. Schön. Wir machen einfach gar nichts, ne? Das ist halt Topian. Wir machen einfach gar nichts. Haben den meisten Damage. Das musst du ja auch erstmal kommen, ne? Ja. Schon wieder tot. Alles klar. Ja. Weil der gegnerische Topian war ja schlecht und er konnte es nicht. Zack. Sehr schön. Zack. Wunderbar. Perfekt. Sehr gut. 2-0. Easy. Easy. So muss das. Sieg. Sehr schön. Wunderbar. Von Faraday noch Decideds Matches. Wahrscheinlich auch verdient. Eins. Das ist eure gerechte Strasse. Ja. Ulti. Ja. War gut. Drei Leute. Vier Leute. Ja. War verdient. War verdient. Alles klar. Gut. Dann würde ich sagen, ähm. Sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Ciao. 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 Ciao.